Ah! Nein! Nein! Bist du tot? Ja! Hallo Leute, ich bin Fabi Fabric und ich bin hier zusammen mit dem lieben Frida LP. Hallo liebe Community und herzlich willkommen von meiner Seite. So, wie ihr ja bestimmt schon gelesen habt, wir machen heute Minecraft Varo. Und für die, die nicht wissen, was das ist, das ist eigentlich sozusagen ein Überlebensgame. Man muss versuchen, möglichst eine zu überleben. Wenn man dann mal gestorben ist, dann ist man raus für immer aus diesem Projekt ausgeschlossen, um dir sonst noch was zu erklären. Ich denke, sonst muss man nicht viel erklären. Ich denke mal, wir gehen nach links wie das erste Mal. Okay, aber wir gehen kurz in die Mitte. Oh! Nee, zuerst links und danach... Nein, kurz in die Mitte. Okay, scheiße. Neun Sekunden. Varo, Ceta... Bei vier Sekunden kannst du beginnen abzubauen. Jetzt abbauen. Nee, wieso geht's nicht? Das letzte Mal ging's. Hä? Oh Mann, ich bin schon wieder... Ich bin draußen, ich bin draußen. Schnell nach links. Wollen wir jetzt schon das Zell brauchen? Es sind schon alle weggegangen von dem her. Ja. Oh Mann, ich bin schon wieder verkackt. So ist es letztlich als erstes Let's Play, ne? Und man verkackt schon bei den ersten 50 Sekunden. Oh ja, ich hab die Stelle gefunden. Ich hab die Stelle gefunden. Ich hab die Stelle gefunden. Oder? Ist das diese Stelle? Ist das ja doch ein Baum? Ach, ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden. Komm zu mir. Ja. Ich hab genau die Stelle gefunden. Genau wie damals. Das ist schön. Soll ich den Baum abbauen? Ich glaub, ich bin auch hier. Ich bau den Baum mal ab. Oh, komm schon. Wir sparen uns gleich mal den Apfel, den wir davon bekommen. Und zwar machen wir uns dann gleich einen Goldapfel raus. Oder ist es verboten? Steht es in Regeln? Ist es verboten? Und Äpfel? Ja. Wieso? Weil die ja schon über OP sind. OP-Goldapfel sind aber, glaub ich, verboten. Steht in den Regeln. Ohne Hex. Schon wieder. Okay, jetzt haben wir schon einen weiteren. In Gedanken an gestern. So, ich geh jetzt hier mal wieder unsere Base zu bauen. Ja, genau so wie letztes Mal. Und ich hab's zu gebaut. Endgültig. Ich mach ihr noch mehr zu, dass wenn sie einmal runterkommen, nicht noch auf dumme Ideen kommen. Nein, nein, nein. Und bau nicht dann bei uns ab, weil man sonst sieht. Oh Gott, ich hab schon richtig verkackt hier. Aber man merkt es ja gar nicht so auf der Seite dort. Ich mach dir endgültig zu. Ja, das ist gar nicht aufwendig, dass du das hier gemacht hast. Das fällt nicht auf. Hä, was? Aha! Achso. Ich dachte schon so, hä, was soll denn jetzt mal? Wir machen hier ganz zum Besten. Jawohl. Hast du noch, ähm, Dirk? Nein, eben nicht. Wo komm man hier am besten rein? Äh, na. Komm einfach, okay, wir machen jetzt einfach wieder Höhle, okay? Wir gehen jetzt voll auf Eisen und Gold, weil ich... Ich hab voll Bock. Eisen jetzt, Eisen jetzt. Ich geh hier mal links auf die anderen Seite. Ich prob hier einfach mal safe runter. Wenn ich dann auf eine Höhle treffe, dann sag ich dir Bescheid. Ist das ein... Oh mein Gott, ich bin voll verschrocken. Ich dachte, der wäre anders. Ich bin voll verschrocken. Dabei war es nur du. Oh, jetzt hat es ein bisschen Licht. Oh, ich hoffe, das sieht man nicht von oben. Hä, sieht man das von oben? Warte mal. Ich geh mal rausgucken. Wenn es keinen Baum hat, dann... Sieh, es hat aber einen. Anna hat keinen Baum. Okay, oh fuck, ich hab schon wieder Hunger. Okay. Weil er hat jetzt einen neuen PC. Ist übrigens der gleiche PC, den ich mir kaufen werde. Ich hab eine Höhle. Ich hab eine Höhle. Ah, Skeletten. Hätte ich jetzt nie gedacht, weißt du? Komm, Frieda, hilf mir. Schaufel, schaufel. Mach dir Schwertern. Warte, ich komm gleich, ich komm gleich. Ich hab keine Zeit für dich. Du bist unwichtig. Entschuldigung. Du bist entbehrlich. Es wird zwar verdammt knapp, wenn ich zwei Blöcke tiefer gegangen wäre, dann hätte ich das nicht gemerkt. Warte, du bist auch ein Eis mit Schwert. Warte mal. Ah doch, es reicht genau. Es reicht genau für... ein Eisenschwert und eine Eisenspitze. Ich geh mal das Zeug rein. Nein! Es reicht nur für eine Eisenspitze und ein Eisenschwert. Ähm... Äh, wie gut bist du im PvP? Nicht gut, ich mach mir einfach eine aus Stein. Ich hab dir ein Holzschwert gegeben. So, ich... Äh... Äh... Hä, wie hab ich jetzt... Ah nein, es ist eine Eisenspitze. Ich muss gucken, dass wir es nicht verwechseln. Hä? What the fuck? Okay, mach dir die eine aus Stein. Okay, mach dir die eine aus Stein. Dann hab ich ein Eisenschwert, eine Eisenspitze und... Hä? Aha, du bist die Monsterkine. Ach so. Ja, denn ich denke, in den Höhlen gibt es solche Sachen. Mein Gott, hier hat es verdammt viele Sachen. Komm, gehen wir zusammen. Hier hat es... Ja, okay. Wir gehen nach links. Dias. Dias. Oh, warte, 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 warte. Ah, du... Ah, so, ich dachte, du machst es mit Holz. Ich hab gerade so den übelsten Schiss. Hier ist irgendwo ein Zombie. Ah, ich hab den Link im Sound abgesteckt. Dann lass mal so laut. Warte mal. Sneaken, sneaken, sneaken. Nimm ich jetzt... Zombie, zombie, zombie. Er kommt, er kommt, er kommt. Warte. Nein, ich hab die... Ist ja egal, da kann nichts verstehen. Ich schwör, ich fall runter und sterbe in der Lava. Dann mach ich eine Wette raus. Da hat's gleich Wasser. Da kannst du ins Wasser rübergehen. Ähm, hast du hier nicht gesehen? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, da vorne ist ein wichtiger... Was ist das? Ist das ein Spor... Okay, das ist kein Spor, ne? Ist das... Ich hab keine Dias... Hast du Dias gefunden? Okay, hier sind keine Dias. Alter. Ich hab ne weitere Höhle gefunden. Warte mal. Wenn du Dias siehst, sagst du sofort, Chef. Ich hab ne weitere Höhle. Tschüss. Skeletor... Nein, ich hab's runtergeworben. Ist ja gut. Okay, ich hab keine Dias hier. Kinder, wo bist du? Ja, hinter dir. Okay, komm. Ja, ich hab ne weitere Höhle. Okay, es ist einfach ein weiterer Teil, nicht ein weiterer. Ah, hier hat es Eisen. Dann fangen wir mal die Kohle ab. Ich hab mal den Fehler gemacht mit Diamanten mit Steinen abgebaut. Ich fragte mich, wieso das nicht momentar war. Ja, guck. Der eine Fehler, der geht ja noch akzeptabel. Aber der andere Fehler, wenn du dich dann fragst, der ist gar keine Höhle hier. Boah, du verarschst mich. Alter, hä? Woher kommen wir eigentlich? Fällt mir gerade so aus. Das ist ja da oben, wo wir herkommen. Und ich hab keine Blöcke, nee. Hier oben. Hä? Als ob du mich gesehen könntest. Boah. Die hab ich hier oben. Der, der das Placke abbaut. Bin ich nicht? Ja. 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 Du hast doch meinen Namen wegen... Wow! Holy fuck. Ich kann dich echt nicht sehen. Hier, hinter dir. Oben. Hinter dir. Dreh dich um. Hier, hinter dir. Hinter dir. Aua! Ich hab gleich meinen Fuß aufgerippscht. Ah, jetzt! Oh, Digga, bist du irgendwie... Ich bin dann... Ja, bin ich. Ich darf's nicht sagen, weil das sonst wieder Flaming wird. Komm mal zu dir, Riva. Wie hat er das erlaubt? Nein! Lava! Nein! Ich bin... tot. Nein! Das war Minecraft Waro für mich, meine Freunde. Jetzt musst du das alleine fertig machen. Nein! Und ich hatte die Eisensachen. Das war Minecraft Waro für mich. Leute, es tut mir echt leid. Let's play for Cap. Woral denn, dass du zuerst stirbst? Ja, ist klar. Nein! Jetzt muss ich das alleine machen. Das scheißt mich jetzt verdammt an. Nein! 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 Oh, fuck! Weißt du, ich seh doch den Jet hier! Mom! Wieso? Nein! Das ist das... Ah! Creeper! Er ist nicht so ein Noob wie ich und verkackt gleich beim ersten Mal und springt in Lava. Moran, ich kann jetzt nicht mehr zurück, ich fände den Weg nicht mehr. Man hört dich auch überhaupt nicht mit deiner Schwester. Mach zu, verdammt! Darf ich das denn in das Video nehmen? Ja! Nein! Nein! Bist du tot? Ja! Team Darling! Nein! Oh, Build Demon! Nicht wahr! Lava! Nein! Wir haben beide unser erstes Let's Play verkannt! Nein! Ich wollte nur so ins Wasser rüber gehen, aber ich habe es nicht geschafft. Das Abenteuer ist leider zu Ende für mich und für euch. Ich habe gerade übelsten Anschiss. Ja, ich ja nicht. Ich bin als Erste gestorben. Vergesst es einfach nicht. So Leute, das war es nun mit meinem ersten Let's Play Minecraft Waro. Auch wenn es nur 22 Minuten gedauert hat, bis ich gestorben bin, es war schön. Zum Sturz im Lava. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns bald wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht es doch gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!